Einführung in die vier edlen Wahrheiten Wenden wir uns der buddhistischen Lehre von den vier edlen Wahrheiten zu. Man könnte sich fragen, warum die vier edlen Wahrheiten für so grundlegend wichtig gehalten werden und warum der Buddha sie überhaupt dargelegt hat. Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir die vier edlen Wahrheiten mit unseren menschlichen Erfahrungen in Zusammenhang bringen. Dass jeder Mensch den Wunsch hat, Glück zu erfahren und Leid zu vermeiden, ist eine Tatsache, die nicht speziell bewiesen werden muss. Es ist etwas ganz Natürliches. Dieser Wunsch ist uns angeboren und funktioniert automatisch, instinktiv. Wir möchten alle glücklich sein und haben auch das Recht, uns diesen Wunsch zu erfüllen. Ebenso will niemand Leid erfahren und wir haben das Recht, Leid zu beenden. Wenn dies unser natürliches Streben ist, stellt sich die Frage, wie wir diese Wünsche realisieren können. Und das führt uns direkt zu den vier edlen Wahrheiten. Die vier edlen Wahrheiten helfen uns, die Beziehung zwischen zwei Ereignissen zu verstehen, nämlich zwischen den Ursachen und ihren Wirkungen. Auf der einen Seite gibt es Leid, aber Leid entsteht nicht grundlos, einfach so. Es ist eine Wirkung, ein Resultat, das aus seinen eigenen Ursachen und Umständen entsteht. Auf der anderen Seite gibt es Glück, das ebenfalls seine eigenen speziellen Ursachen und Umstände hat. Die Bedeutung von Glück ist im Buddhismus nicht auf Gefühlszustände beschränkt. Das vollständige Ende des Leids, was kurz als Beendigung oder Erlöschen bezeichnet wird, ist sicher kein Gefühlszustand. Und doch könnte man sagen, dass es die höchste Form von Glück ist, weil es, gemäß der Definition, der Zustand des vollständigen Freiseins von Leid ist. Aber auch die Beendigung, das wirkliche Glück, entsteht nicht ohne irgendeine Ursache aus dem bloßen Nichts. Dies ist ein subtiler Punkt, denn nach buddhistischem Verständnis ist die Beendigung kein abhängiges Ereignis. Man kann also nicht wirklich sagen, dass es von irgendetwas erzeugt oder verursacht wurde. Trotzdem hängt die Verwirklichung oder das Erlangen der Beendigung vom Pfad und von den Bemühungen des Einzelnen ab. Ohne Anstrengung ist die Beendigung nicht zu erlangen. So gesehen kann man deshalb sagen, dass der Pfad, der zur Beendigung führt, die Ursache für die Beendigung ist. In den Unterweisungen über die vier edlen Wahrheiten werden klar zwei Arten von Ursachen und Wirkungen unterschieden, nämlich solche, die Leid erzeugen und solche, die Glück erzeugen. Der Zweck dieser Unterweisungen ist kein geringerer als der, uns zu zeigen, wie wir diese in unserem Leben unterscheiden können und so unser tiefstes Streben, dem Wunsch nach Glück und nach Freisein von Leid, zu erfüllen. Wenn wir verstanden haben, dass der Buddha die vier edlen Wahrheiten aus diesem Grund gelehrt hat, könnten wir uns weiter fragen, warum er sie in dieser bestimmten Reihenfolge gelehrt hat, beginnend mit dem Leid, dem Ursprung des Leids und so weiter. Hier müssen wir verstehen, dass die Reihenfolge, in der die vier edlen Wahrheiten gelehrt wurden, nichts damit zu tun hat, wie die Dinge in Wirklichkeit entstehen, sondern vielmehr damit, wie jemand den Dharma anwenden und auf der Grundlage dieser Anwendung Erkenntnisse und Verwirklichungen erlangen sollte. Im Uttara Tantra zeigt Maitreya vier Stadien eines Heilungsprozesses auf. Ich zitiere. Genauso wie eine Krankheit diagnostiziert werden muss, die Ursache beseitigt werden muss, die Gesundheit wiederhergestellt werden muss und die Medizin eingenommen werden muss, genauso müssen Leid, Ursachen des Leids, die Beendigung des Leids und der Weg erkannt, beseitigt, erlangt und befolgt werden. Maitreya verwendet die Analogie eines Kranken, um zu erklären, wie Erkenntnisse basierend auf den vier edlen Wahrheiten erlangt werden können. Bevor ein Kranker genesen kann, muss er erst einmal erkennen, dass er krank ist. Sonst kann der Wunsch, gesund zu werden, gar nicht in ihm entstehen. Wenn Sie eingesehen haben, dass Sie krank sind, suchen Sie ganz von selbst nach der Ursache für die Krankheit und auch nach den Faktoren, die Ihren Zustand verschlechtern. Sind diese Punkte geklärt, kann man feststellen, ob es sich um eine heilbare oder eine unheilbare Krankheit handelt und Sie werden den Wunsch verspüren, gesund zu werden. Es ist dann auch nicht einfach nur ein Wunsch, denn weil Sie verstanden haben, was die Krankheit verursacht, ist der Wunsch nach Heilung viel stärker und Ihr Verständnis der Ursachen und Umstände hilft Ihnen, Vertrauen und die Überzeugung zu entwickeln, dass sich die Krankheit überwinden lässt. Sie werden jede verordnete Arznei einnehmen und jede Maßnahme ergreifen, die nötig ist. Wenn man gar nicht weiß, dass man leidet, wird der Wunsch, von Leid frei sein zu wollen, nicht in einem entstehen. Möchten wir dem Weg des Buddhismus folgen, müssen wir als erstes die eigene gegenwärtige Situation als Durka, das heißt als leidvoll, enttäuschend und unbefriedigend erkennen. Erst dann werden wir überhaupt bereit sein, uns mit den Ursachen und Umständen für eine solche Situation zu beschäftigen. Es ist wichtig zu sehen, in welchem Zusammenhang im Buddhismus die Erkenntnis steht, dass unsere derzeitige Situation eine leidvolle ist. Denn sonst könnten wir denken, dass die buddhistische Auffassung recht morbid oder grundlegend pessimistisch ist, beinahe schon obsessiv in ihrer Betonung des Leids und ihrer Beschäftigung damit. Buddha legte deshalb so viel Wert darauf, dass wir die Natur des Leids verstehen, weil es eine Alternative dazu gibt, einen Ausweg aus dem Leid, weil es tatsächlich möglich ist, sich davon zu befreien. Je stärker und tiefer die Erkenntnis des Leids in uns ist, desto stärker wird auch der Wunsch, sich davon zu befreien. Denn der hohe Stellenwert, den die Natur des Leids im Buddhismus einnimmt, sollte aus dieser umfassenderen Sicht heraus verstanden werden, die die Möglichkeit einer völligen Freiheit von Leid beinhaltet. Wenn es keine Möglichkeit der Befreiung von Leid gäbe, wäre es vollkommen sinnlos, so viel Zeit mit Überlegungen darüber zu verbringen. Man könnte sagen, dass die beiden zuvor erwähnten Arten von Ursachen und Wirkungen sich einerseits auf eine nicht erleuchtete Existenz beziehen, die mit der ursächlichen Kette zwischen Leid und den Ursachen des Leids im Zusammenhang steht, andererseits auf eine erleuchtete Existenz, die zur ursächlichen Verbindung zwischen dem Pfad und der wahren Beendigung gehört. In den Unterweisungen über die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens oder den zwölf Nidhanas gab Buddha sehr ausführliche Erklärungen über diese beiden Entwicklungsprozesse. Die zwölf Nidhanas sind die zwölf Glieder des Daseins Kreislaufs, beginnend mit der Unwissenheit, gefolgt von Gestaltungen oder Tatabsichten, Bewusstsein und so weiter bis hin zu Alter und Tod. Wenn man ein nicht erleuchtetes oder bedingtes Dasein in Einzelheiten beschreibt, das heißt ein Leben, das sich innerhalb des Gefüges von Leid und seinem Ursprung abspielt, beginnen die zwölf Glieder mit der Unwissenheit, gefolgt von Gestaltungen, Bewusstsein und so weiter. Diese Reihenfolge beschreibt, wie ein Wesen aufgrund bestimmter Ursachen und Umstände in ein nicht erleuchtetes Dasein eintritt. Wenn das gleiche Wesen bestimmten geistigen Praktiken folgt, kann der Vorgang umgekehrt werden. Und der alternative Ablauf ist dann der des Entwicklungsprozesses, der zur Erleuchtung führt. Wird beispielsweise die Kontinuität der Unwissenheit beendet, hört das Glied der Tatabsichten oder Gestaltungen auf. Wenn dieses aufhört, kommt das Bewusstsein, das diesen Gestaltungenerstütze dient, zu einem Ende und so weiter. Man sieht also, dass die Unterweisungen über die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens in gewisser Weise eine ausführliche Beschreibung der zwei Arten von Ursachen und Wirkungen sind, die in den vier edlen Wahrheiten beschrieben werden. Die Wahrheit des Leids Die erste der vier edlen Wahrheiten ist die Wahrheit des Leids. In den verschiedenen philosophischen Schulen des Buddhismus wird der Begriff Wahrheit unterschiedlich interpretiert. So gibt es beispielsweise einen wesentlichen Unterschied in der Art und Weise, wie die Prasangika-Matjamika-Schule und die Schulen des Shravakayana gewöhnliche Wesen von höheren Wesen oder Arias unterscheiden. Im Shravakayana wird danach unterschieden, ob eine Person eine direkte, intuitive Einsicht in die vier edlen Wahrheiten erlangt hat oder nicht. Die Prasangika-Matjamika-Schule akzeptiert dieses Kriterium nicht. Sie vertritt die Ansicht, dass gewöhnliche Wesen ebenfalls direkte Einsichten in die vier edlen Wahrheiten haben können. Ich werde nicht näher auf diese Argumente eingehen, dass sie die weiteren Erläuterungen unnötig komplizieren würden. Wir beschäftigen uns stattdessen gleich mit der Bedeutung des Begriffs Leid oder Durka. In unserem Zusammenhang ist Durka die Grundlage für leidvolle Erfahrungen und bezieht sich im Allgemeinen auf unser Dasein, das durch Karma, Verblendungen und leidvolle Emotionen bedingt ist. Der Meister Asanga macht im Kompendium des Wissens, dem Abhidharma Samukha, die Aussage, dass unter Leid oder Durka sowohl die Umgebung, in der wir leben, als auch die darin lebenden Wesen verstanden werden muss. Um die Umgebung, in der nicht erleuchtete Wesen leben, zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick auf die buddhistische Lehre von der Entstehung des Universums werfen. Im Buddhismus werden drei Daseinsbereiche unterschieden, und zwar der Bereich der Begierde, der Bereich der Form und der formlose Bereich. Die meisten von uns wissen nicht so recht, wie sie diese drei Bereiche verstehen sollen, insbesondere, was man sich unter dem Bereich der Form oder dem formlosen Bereich vorstellen soll. Einfach zu sagen, dass Buddha in den Schriften darüber gesprochen hat, ist für einen Buddhisten keine ausreichende Begründung dafür, ihre Existenz zu akzeptieren. Am hilfreichsten ist es vielleicht, sich diese drei Bereiche hinsichtlich verschiedener Stufen des Bewusstseins vorzustellen. Im Buddhismus wird der Unterschied zwischen erleuchteter und nicht erleuchteter Existenz auf der Grundlage der entsprechenden Stufen des Bewusstseins gemacht. Eine Person, deren Geist undiszipliniert und ungezähmt ist, befindet sich im Zustand des Sangsara oder Leids, wohingegen eine Person mit einem disziplinierten und gezähmten Geist sich im Zustand des Nirvana oder höchsten Friedens befindet. Außerdem sieht man, dass im Buddhismus der Unterschied zwischen gewöhnlichen Wesen und Arya-Wesen ebenfalls auf der Grundlage ihrer jeweiligen Bewusstseins- oder Erkenntnisstufen gemacht wird. Eine Person, die eine direkte intuitive Erkenntnis der Leerheit oder der letztlichen Natur der Wirklichkeit erlangt hat, wird im Mahayana als Arya bezeichnet, während Personen, die eine solche Erkenntnis nicht erlangt haben, als gewöhnliche Wesen bezeichnet werden. Auf die drei Bereiche bezogen bedeutet dies, je feiner die Stufe des Bewusstseins, die eine Person erlangt, desto subtiler der Bereich, den sie bewohnen kann. Wenn beispielsweise die gewöhnliche Art des Existierens einer Person sehr von Begierde und Anhaftung bestimmt ist, sie also dazu neigt, Anhaftung an alles zu entwickeln, was sie sieht, seien es attraktive Formen oder angenehme Empfindungen und dergleichen, dann wird dieses Anhaften an materielle Objekte, Gedanken und Sinnesempfindungen jetzt und auch in der Zukunft zu Existenzformen innerhalb des Begierde-Bereichs führen. Dann gibt es Personen, die das Anhaften an Objekte der unmittelbaren Wahrnehmung und körperliche Empfindungen überwunden haben, die aber an inneren Glückszuständen hängen. Eine solche Person erzeugt die Ursachen für zukünftige Wiedergeburten in Bereichen, in denen körperliche Existenz sehr viel feinere Formen besitzt. Dann gibt es Personen, die nicht nur das Anhaften an körperliche Empfindungen überwunden haben, sondern auch an innerer Glückszustände. Sie neigen zu einem gleichmütigen Zustand. Ihre Bewusstseinsstufe ist sehr viel subtiler als die der beiden zuvor erwähnten, aber sie hängen immer noch an einer bestimmten Art des Existierens. Die gröbere Stufe ihres Geistes kann zur vierten Ebene des Bereichs der Form führen, während das subtilere Anhaften an einen gleichmütigen Zustand zu einer Existenz in den formlosen Bereichen führt. Auf diese Art und Weise stehen die drei Bereiche mit den Stufen des Bewusstseins in Verbindung. Dieser Auffassung entsprechend wird im Buddhismus von der unendlichen Evolution des Universums gesprochen, das entsteht und sich wieder auflöst, ehe es erneut entsteht. Dieser Vorgang muss im Zusammenhang mit den drei Existenzbereichen verstanden werden. Nach der Literatur des Sarvasti Vadin Abhidharma, den buddhistischen Abhandlungen über Metaphysik und Psychologie, die der tibetische Buddhismus als Bezugsquelle heranzieht, unterliegt die Welt von der dritten Ebene des Bereichs der Form an abwärts dem unaufhörlichen Prozess des Entstehens und Vergehens. Von der vierten Ebene des Bereichs der Form an aufwärts, was auch den formlosen Bereich einschließt, unterliegt sie diesem Prozess, den wir als Evolution des materiellen Universums bezeichnen könnten, nicht mehr. Dieser unaufhörliche evolutionäre Prozess ist der modernen wissenschaftlichen Annahme von einem Big Bang recht ähnlich. Wenn die wissenschaftliche Theorie von der Entstehung des Universums durch einen Urknall, allerdings nur einen einzigen Urknall als den Anfang schlechthin akzeptiert, würde dies natürlich nicht mit der buddhistischen Grundanschauung über die Entstehung des Kosmos übereinstimmen. Dann müssten die Buddhisten eine Erklärung dafür finden, dass ein Urknall nicht im Widerspruch zu dem buddhistischen Konzept von der Evolution des Universums steht. Wenn die Urknalltheorie aber nicht nur einen einzigen Urknall als den tatsächlichen Anfang akzeptiert, sondern viele Big Bangs, dann würde dies sehr gut zu der buddhistischen Auffassung des Evolutionsprozesses passen. Im Sarvasti Vadin Abhidharma finden sich präzise Erklärungen über die Auflösung des Universums am Ende eines jeden Zyklus. Wenn das materielle Universum durch Feuer zerstört wird, geschieht dies nur von der ersten Ebene des Bereichs der Form an abwärts. Wenn es durch Wasser zerstört wird, geschieht die Auflösung von der zweiten Ebene des Bereichs der Form an abwärts. Wenn es durch Wind zerstört wird, geschieht die Zerstörung von der dritten Ebene des Bereichs der Form an abwärts. Die buddhistische Auffassung von der Entstehung des Universums versteht demzufolge die Evolution des materiellen Universums hinsichtlich der vier Elemente Feuer, Wasser, Wind und Erde. Im Allgemeinen fügen wir noch den Raum als fünftes Element hinzu. Die Vorgänge bei der Auflösung der Elemente werden im Abhidharma und im Uttaratantra sehr ausführlich erörtert und haben große Ähnlichkeit mit den modernen wissenschaftlichen Theorien. Nicht alle Aussagen in der Literatur des Abhidharma sind wörtlich zu nehmen. Beispielsweise basiert der Aufbau des Universums im Abhidharma auf dem Modell des zentralen Berges Miru, umgeben von vier Kontinenten. Manche Angaben bezüglich der Größe von Sonne und Mond widersprechen modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unter der Voraussetzung, dass diese Angaben durch wissenschaftliche Untersuchungen widerlegt worden sind, müssen wir in diesen Punkten die wissenschaftlichen Erkenntnisse akzeptieren. So habe ich versucht, kurz zu beschreiben, wie der Buddhismus die Evolution des materiellen Universums oder in einem allgemeineren Sinn der Umgebung versteht. Was die Wesen angeht, die in dieser Umgebung leben, so kennt der Buddhismus viele unterschiedliche Arten von Wesen. Es gibt solche mit körperlichen Formen und es gibt formlose Wesen. Auch in der uns vertrauten Welt gibt es nicht nur unzählige unserer Wahrnehmung zugängliche Wesen, sondern auch solche, die wir nicht wahrnehmen können, wie zum Beispiel die Welt der Geister. Allgemein gesprochen ist nach buddhistischem Verständnis eine Existenz als menschliches Wesen eine der besten Daseinsformen, weil sie einer Anwendung des Dharma sehr dienlich ist. Im Vergleich mit einer menschlichen Existenz würde eine Existenz als Geist daher als weniger wertvoll erachtet, weil sie für eine Anwendung des Dharma wenig geeignet ist. Geister mögen die verschiedensten Fähigkeiten besitzen, die uns nicht zur Verfügung stehen, sei es, dass sie in die Zukunft sehen können oder andere übernatürliche Kräfte besitzen, aber dennoch gehören sie wie die Menschen zu dieser Welt und alle Wesen in dieser Welt existieren unter der Macht der Verblendungen und der leidvollen Emotionen. In gewisser Weise könnte man sogar sagen, dass sie ein Produkt der Verblendungen sind. Der Meister Je Tsongkapa beschreibt die nicht erleuchtete Art des Existierens im Sangsara sehr anschaulich. Er verwendet das Bild einer Person, die mit den Ketten des negativen Karmas, der Verblendungen und der leidvollen Emotionen und Gedanken sehr fest angekettet ist, gefangen in dem dichten Netz des Ego und des Greifens nach dem Selbst, werden die Wesen von den Strömungen der sich ständig verändernden Erfahrungen von Leid und Schmerz ziellos hin und her geworfen. So sieht das Leben im Sangsara aus. Die drei Arten von Leid Die Frage lautet also, was unter Dukka zu verstehen ist. Was ist Leid? Im Buddhismus werden drei Arten von Leid beschrieben. Die erste Art wird als Leid des Leids bezeichnet, die zweite ist Leid der Veränderung und die dritte ist Leid des Bedingtseins. Wenn wir über die erste Art von Leid sprechen, das Leid des Leids, verstehen wir darunter die Erfahrungen, die wir alle als im herkömmlichen Sinn leidvoll erkennen, weil sie wehtun. Dazu zählen im Buddhismus hauptsächlich die vier für die sangsarische Existenz charakteristischen Leiden der Geburt, der Krankheit, des Alterns und des Todes. Wie wichtig es ist, diese Zustände als eine Form von Leid zu erkennen und die Bedeutung zu verstehen, die dieser Erkenntnis als Katalysator für die geistige Suche zukommt, wird durch die Lebensgeschichte Buddhas selbst deutlich. Der junge Prinz Siddhartha sah eine kranke Person, eine alte Person und einen Leichnam, der fortgetragen wurde. Unter dem starken Eindruck dieser Begegnungen mit dem Leid gelangte er zu der Erkenntnis, dass er, solange er nicht von dem unaufhörlichen Prozess des Geborenwerdens frei war, auch immer den anderen drei Arten von Leid unterliegen würde. Später sah er einen meditierenden Mönch, der ihm die Möglichkeit, Freiheit von diesem leidvollen Daseins Kreislauf zu erlangen, vor Augen führte. Nach buddhistischem Verständnis sind demnach alle anderen Arten von Leid die natürliche Folge des Grundproblems, nämlich, dass wir immer wieder geboren werden müssen. Unser Leben spielt sich innerhalb des Kreislaufs von Geburt und Tod ab, und zwischen diesen beiden befinden sich ähnlich wie bei einem Sandwich die verschiedenen Leiden im Zusammenhang mit Krankheit und Altern. Die zweite Art von Leid, das Leid der Veränderung, bezieht sich auf Erfahrungen, die wir gewöhnlich als angenehm einstufen. Solange wir uns jedoch in einem nicht erleuchteten Zustand befinden, sind unsere Erfahrungen von Glück in Wirklichkeit befleckt und verwandeln sich früher oder später in Leid. Warum heißt es im Buddhismus, dass Erfahrungen, die durch allem anschein nach angenehm sind, letztlich auch zu den leidvollen Erfahrungen zählen? Hier gilt es zu verstehen, dass wir sie nur deswegen als angenehm erfahren, weil sie uns, verglichen mit schmerzlichen Erfahrungen, irgendwie Erleichterung verschaffen. Aber Glück, das wir erfahren, ist relativ. Denn wenn diese Erfahrungen echtes Glück wären, müssten sie intensiver werden. Genauso wie leidvolle Erfahrungen umso stärker werden, je mehr wir diese auslösenden Ursachen ansammeln. Aber das ist nicht der Fall. Wenn wir beispielsweise gutes Essen genießen, hübsche Kleider oder kostbaren Schmuck und dergleichen besitzen, gefällt einem das alles für eine kurze Zeit recht gut. Man fühlt sich großartig. Nicht nur ist man selbst zufrieden, auch die anderen, denen man alles vorführt, freuen sich darüber. Dann vergeht ein Tag, eine Woche, ein Monat und bald schon fühlt man sich von dem gleichen Objekt, das einen zuvor mit so großer Freude und Zufriedenheit erfüllt hat, nur noch frustriert. Alles verändert sich. Das ist die eigentliche Natur der Dinge. Mit dem Ruhm verhält es sich nicht anders. Am Anfang denkt man vielleicht, wie schön, endlich habe ich einen guten Namen und bin berühmt. Aber es ist durchaus möglich, dass man nach einer Weile erneut Unzufriedenheit erfährt und enttäuscht ist. Auch Freundschaften und sexuelle Beziehungen unterliegen dieser Veränderung. Am Anfang wird man vor lauter Leidenschaft fast verrückt. Später kann sich diese Leidenschaft sogar in Hass und Aggression umwandeln, in schlimmen Fällen sogar zum Mord führen. Das Das also ist die Natur der Dinge. Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass alles, was schön oder strebenswert erscheint, uns schlussendlich Leid bringt. Jetzt kommen wir zur dritten Art von Leid, dem Leid des Bedingtseins. Und in Verbindung damit stellt sich die wichtigste Frage, nämlich, warum ist das die Natur der Dinge? Die Antwort lautet, dass alles, was im Sang-Sara geschieht, aufgrund von Unwissenheit geschieht. Unter dem Einfluss oder der Macht von Unwissenheit gibt es keine Möglichkeit, beständiges Glück zu erfahren. Immer taucht irgendein Problem auf, irgendeine Schwierigkeit. Solange wir unter der Macht der Unwissenheit bleiben, das heißt, der grundlegend falschen Auffassung bezüglich der eigentlichen Natur der Dinge, folgt ein Leid dem Anderen, wie Wellen, die aufeinander folgen. Die dritte Art von Leid bezieht sich also auf die Tatsache, dass unsere Existenz eine nicht erleuchtete ist, die unter dem Einfluss unserer grundlegend falschen Auffassung und unter der Macht des daraus resultierenden negativen Karmas steht. Es wird als Leid des Bedingtseins bezeichnet, weil diese Form der Existenz die Grundlage für die schmerzlichen Erfahrungen nicht nur in diesem Leben darstellt, sondern auch für die leiterzeugenden Ursachen und Umstände in zukünftigen Existenzen. In dem Kommentar Kompendium der gültigen Erkenntnis des Meisters Damar Kirti wie auch in den 400 Versen über den mittleren Weg des Meisters Arya Deva finden sich hilfreiche Überlegungen bezüglich des Leids des Bedingtseins, die ein tieferes Verständnis dieses Punktes ermöglichen. Beide Werke legen großen Wert darauf, dass man über die subtile Ebene der vergänglichen unbeständige Natur der Wirklichkeit gründlich nachdenkt. Man muss sich daran erinnern, dass es hier zwei Bedeutungsebenen gibt. Unbeständigkeit kann so verstanden werden, dass etwas entsteht, für eine kurze Zeit besteht und dann verschwindet. Diese Art der Unbeständigkeit ist leicht verständlich. Es sollte noch hinzugefügt werden, dass die Auflösung oder Zerstörung bei dieser Art der Unbeständigkeit einen sekundären Umstand als Katalysator benötigt, der die Kontinuität des Bestehenden zerstört. Es gibt jedoch noch ein zweites, subtileres Verständnis der Vergänglichkeit. Aus dieser subtileren Sicht ist der offensichtliche Vorgang der Veränderung, der eben beschrieben wurde, das Resultat eines zugrunde liegenden tieferen, dynamischen Veränderungsprozesses. Auf einer subtileren Ebene ist alles in ständiger Veränderung begriffen. Dieser Prozess augenblicklicher Veränderung geschieht nicht aufgrund eines sekundären Umstandes, der Auftritt und Zerstörung bewirkt. Vielmehr ist die Ursache, die zum Entstehen führte, gleichzeitig auch die Ursache für das Vergehen. Oder anders ausgedrückt liegt die Ursache für das Ende bereits in der Ursache für den Anfang. Augenblickliche Veränderung sollte daher erstens hinsichtlich der drei Augenblicke des Existierens eines jeden Objektes verstanden werden, das im ersten Augenblick entsteht, im zweiten besteht und sich im dritten Augenblick auflöst und zweitens hinsichtlich des jeweiligen Augenblicks selbst. Ein Augenblick ist nichts statisches. Sobald etwas entsteht, geht es auch schon seinem Ende entgegen. Da die Dinge von Anfang an vollständig entstehen, beinhaltet ihre Geburt auch den Samen oder das Potenzial für ihre Auflösung. So gesehen könnte man sagen, dass ihr Ende nicht von einem zusätzlichen sekundären Umstand abhängt. Es heißt deshalb im Buddhismus, dass alle Phänomene unter Fremdmacht stehen, nämlich unter der Macht ihrer Ursachen. Wenn man einmal ein Verständnis von der vergänglichen Natur der Phänomene gewonnen hat, kann man das eigene Verständnis des Leids damit im Zusammenhang bringen und über die eigene Situation im Sangsara nachdenken. Wir wissen jetzt, dass die Welt, da sie durch ihre eigenen Ursachen und Umstände entstanden ist, ebenfalls unter Fremdmacht steht. Oder anders ausgedrückt, muss sie unter der Kontrolle jener ursächlichen Prozesse stehen, die zu ihrem Entstehen geführt haben. Im Zusammenhang mit dem Sangsara jedoch ist hier mit den Ursachen nichts anderes als unsere grundlegende Unwissenheit, Marikpa auf Tibetisch, sowie die aus ihr resultierenden verblendeten Zustände gemeint. Ferner wissen wir, dass kein beständiges Glück möglich ist, solange wir unter der Herrschaft dieser grundlegend falschen Auffassung stehen. Natürlich gibt es innerhalb der drei Bereiche Zustände, die im Vergleich zu anderen angenehmer oder glücklicher sind. Aber solange wir uns im Sangsara befinden, sei es im Bereich der Form, im formlosen Bereich oder im Bereich der Begierde, gibt es keinen Raum für beständiges Glück. Die letztliche Analyse macht deutlich, dass wir uns in einem leidvollen Zustand befinden. Das ist die Bedeutung der dritten Art von Leid. Unwissenheit Das Sanskrit-Wort für Unwissenheit oder Verwirrung ist Avidya, was wörtlich übersetzt Nichtwissen bedeutet. Entsprechend den verschiedenen philosophischen Schulen und ihren unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der grundlegenden buddhistischen Lehre des An-Atman oder Nicht-Selbst gibt es unterschiedliche Arten der Interpretation von Avidya. Die allgemeine Bedeutung jedoch ist in allen Schulen die gleiche, nämlich, dass eine grundlegende Unwissenheit an der Wurzel unserer Art des Existierens liegt. Der Grund dafür ist recht einfach. Aus unserer persönlichen Erfahrung wissen wir, dass das, wonach wir uns zutiefst sehnen, die Erfahrung von Glück ist und dass wir Leid vermeiden wollen. Unsere Handlungen und unser Verhalten führen aber zu immer neuem Leid und nicht zu dem beständigen Glück, das wir uns erhoffen. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Wir bewegen uns innerhalb der Grenzen der Unwissenheit und erfahren so die grundlegende Verwirrung an der Wurzel unseres Daseins. Eine Möglichkeit, die in den traditionellen Unterweisungen des Buddhismus aufgezeigt wird, über Dukka nachzudenken, besteht darin, sich das Leid zu vergegenwärtigen, das in den sechs Bereichen des sangsarischen Weltsystems erfahren wird. Dazu gehören die Höllenbereiche, der Tierbereich, der Bereich der Prätas oder Hungergeister und so weiter. Überlegungen darüber anzustellen, kann manche Menschen dazu anspornen, verstärkt nach einer Freiheit von Leid zu suchen. Für andere, wie zum Beispiel auch für mich, mag es wirkungsvoller sein, über das eigene menschliche Leid nachzudenken. Zwar wird im Buddhismus aufgezeigt, dass von allen Arten der Existenz das Dasein als Mensch am geeignetsten ist, um vollständige Erleuchtung zu erlangen, aber es ist durchaus nicht immer voller Freude. Wir unterliegen den unvermeidbaren Leiden der Geburt, des Sterbens, des Alterns und der Krankheit. Wenn man dann noch über die Tatsache nachdenkt, dass unser Leben von Unwissenheit und den daraus resultierenden verblendeten Gefühlen und Gedanken bedingt ist und ganz unter deren Kontrolle steht, erscheint es jemandem wie mir wirkungsvoller, darüber nachzudenken, als über die Leiden anderer Bereiche. Wie schon erwähnt, wird in den Schriften des Buddhismus der durch Unwissenheit ausgelöste ursächliche Prozess durch den willentliche Handlungen entstehen, die ihrerseits zu Geburt in einem der sangsarischen Bereiche führen und so weiter, als die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens Bezeichnet bezeichnet. Dazu hat Buddha die folgenden drei Aussagen gemacht. Weil es dieses gibt, folgt jenes. Weil dieses entstanden ist, entstand jenes. Weil es die grundlegende Unwissenheit gibt, entstehen bedingte Handlungen. Der Meister Asanga kommentiert diese drei Aussagen in seinem Kompendium des Wissens. Er erklärt, dass diese drei Bedingungen erfüllt sein müssen, damit überhaupt irgendetwas entstehen kann. Weil es dieses gibt, folgt jenes. Die erste Aussage bedeutet, dass Phänomene entstehen, weil sie Ursachen besitzen. Man könnte sagen, dass es eine unendliche Kette von Ursachen gibt. Das bedeutet nicht, dass es eine erste Ursache gibt oder irgendeinen Zeitpunkt, mit dem alles begann. Asanga nennt dies die Bedingung für die Existenz einer Ursache. Weil dieses entstanden ist, entstand jenes. Mit seiner Erklärung der zweiten Aussage führt der Meister Asanga einen Begriff ein, den er die Bedingung der Unbeständigkeit nennt. Allein Tatsache Tatsache etwas existiert reicht nicht aus um auch eine Wirkung zu erzeugen. Damit etwas eine Wirkung erzeugen kann, muss es selbst aus Ursachen entstehen, also ein Resultat sein, das heißt, es muss der Ursächlichkeit unterliegen. Deshalb gibt es unendlich viele Ursachen. Bloßes Existieren allein erzeugt keine Wirkung. Eine Ursache sollte nicht Weil es die grundlegende Unwissenheit gibt, entstehen willentliche Handlungen. In Asangas Kommentar zu dieser Aussage wird eine weitere Bedingung erwähnt, die notwendig ist, damit aus Ursachen Wirkung entstehen können. Er nennt es die Bedingung der Potentialität. Damit ein bestimmtes Resultat hervorgebracht wird, reicht es nicht, dass einfach irgendeine Ursache existiert und unbeständig ist. Ursachen können nicht beliebig alles und jedes hervorbringen. Zwischen einer Ursache und ihrer Wirkung muss so etwas wie eine natürliche Wechselbeziehung bestehen. Weil beispielsweise die Natur unseres Daseins leidvoll ist, sehnen wir uns nach Glück. Aber aufgrund der Unwissenheit erzeugen wir nur immer mehr Leid für uns selbst, weil Leid die Wurzel unseres Daseins ist. Das Resultat, das wir erzielen und seine Ursache korrelieren miteinander. Um es kurz zusammenzufassen. Drei Bedingungen sind nötig, damit etwas entstehen kann. Es muss eine Ursache geben, sie muss unbeständig sein und und sie muss mit dem Resultat korrelieren. Wie kann man in Anbetracht dessen zum Beispiel die kausale Beziehung zwischen Unwissenheit und Tatabsichten verstehen? Kausale Beziehungen werden im Buddhismus genauestens analysiert und in den Schriften werden viele unterschiedliche Arten von Ursachen und Umständen beschrieben. Im Wesentlichen gibt es jedoch zwei Arten von Ursachen. Die eine wird als materielle oder substanzielle Ursache bezeichnet, die andere als beitragende. Unter einer materiellen Ursache versteht man das, was sich in das Resultat verwandelt, weswegen wir über das materielle Kontinuum eines materiellen Objektes sprechen können. Die vielen anderen Faktoren, die nötig sind, um den Wandel von der Ursache zum Resultat zu ermöglichen, werden beitragende Ursachen genannt. Auch Umstände können auf unterschiedliche Weise, die mehr mit der komplexen Funktionsweise des Geistes zu tun hat, ein Resultat herbeiführen. In den Schriften werden fünf Arten von Umständen unterschieden, und so zum Beispiel der objektive Umstand, der sich auf das Objekt der Wahrnehmung bezieht, die Sinnesorgane, die zum Entstehen von Sinneswahrnehmungen führen, der unmittelbar vorhergehende Umstand, worunter die frühere Kontinuität des Bewusstseins zu verstehen ist, und so weiter. Man sieht, dass das buddhistische Verständnis von Ursache und Wirkung höchst komplex ist. Nehmen wir zum Beispiel das Feuer. Was ist die materielle Ursache für Feuer? Wir könnten antworten, dass in dem Brennstoff, den man zum Feuermachen verwendet, eine Potentialität existiert, die dann zum Feuer wird. Im Fall des Bewusstseins ist die Sache schon schwieriger. Es ist zum Beispiel klar, dass das Bewusstsein als physische Grundlage die physischen Sinnesorgane braucht, damit Sinneswahrnehmungen stattfinden können. Das schließt auch das Nervensystem ein, das in den klassischen buddhistischen Texten kaum Erwähnung findet, aber vielleicht in die buddhistische Epistemologie und Psychologie Eingang finden sollte. Die substanzielle Ursache des Bewusstseins liegt allerdings nicht in diesen materiellen Grundlagen, sondern muss hinsichtlich ihres eigenen Kontinuums verstanden werden, sei es in der Form eines Potenzials oder einer Neigung. Das ist ein recht schwieriges Thema. Vielleicht könnte man sagen, dass die substanzielle Ursache des Bewusstseins als das Kontinuum des subtilen Bewusstseins verstanden werden kann. Aber wir müssen vorsichtig sein, denn wir dürfen auch nicht implizieren, dass die materielle Ursache irgendeines Objektes mit dem Objekt selbst genau gleich ist. Das wäre unhaltbar. Wir können zum Beispiel die Behauptung, dass die substanziellen Ursachen für Sinneswahrnehmungen immer Sinneswahrnehmungen sind, nicht aufrechterhalten, weil Sinneswahrnehmungen grobe Stufen des Bewusstseins und von den physischen Organen der Person abhängig sind, wohingegen das Kontinuum auf der Ebene des subtilen Bewusstseins verstanden werden sollte. So könnte man vielleicht sagen, dass die substanziellen Ursachen des Bewusstseins in der Form eines Potenzials vorhanden sind und nicht als Bewusstseins Zustände im eigentlichen Sinne. Bewusstsein Wenn wir von Bewusstsein oder Shepa auf Tibetisch sprechen, nehmen wir Bezug auf das Denkbewusstsein, welches nach der buddhistischen Psychologie das sechste der sechs Arten von Sinnes Bewusstsein ist. Das Denkbewusstsein dürfen wir uns nicht wie ein großes Ding aus einem Guss irgendwo da draußen vorstellen, ein großer Klotz, vielleicht ähnlich einem Monolithen. Wenn wir unseren Geist beobachten, stellen wir im Allgemeinen fest, dass er entweder von abschweifenden, unzusammenhängenden Gedanken oder von Gefühlen und Empfindungen beherrscht wird. Wir wollen daher versuchen zu verstehen, wie diese abschweifenden Gefühle und Gedanken im Geist entstehen. Wir können über Gefühle in Bezug auf zwei unterschiedliche Dimensionen der Wirklichkeit sprechen, und zwar auf der rein körperlichen Ebene in der Form von Empfindungen, aber wenn wir versuchen, Gefühle auf der geistigen Ebene, auf das Geistbewusstsein bezogen zu verstehen, wird die Sache schon viel diffiziler. Und obwohl wir es als gegeben hinnehmen, dass zwischen Bewusstsein und Nervensystem eine Verbindung bestehen muss, müssen wir auch in der Lage sein, tieferen Gefühlsebenen Rechnung zu tragen. Obwohl auf diesem Gebiet noch recht wenig geforscht wurde und die vorläufigen Erkenntnisse rudimentär sind, möchte ich doch erwähnen, dass Untersuchungen mit meditierenden Personen auf ein Phänomen hinweisen, das im Rahmen des vorherrschenden wissenschaftlichen Paradigmas schwer erklärbar sein dürfte. Diese Untersuchungen haben ergeben, dass einfach nur durch die Kraft eines einsgerichteten Geisteszustandes eine Wirkung auf die physiologischen Abläufe im Körper einer Person entstehen kann, ohne dass willentliche physische Veränderungen im Körper stattfinden und ohne irgendwelche Körperbewegungen seitens der Person. Die eintretenden physiologischen Veränderungen sind mit den bisherigen Kenntnissen über die menschliche Physiologie schwer zu erklären. Es steht völlig außer Zweifel, dass unser Bewusstsein und unsere Erfahrungen von unserem Körper abhängen und das Geist und Körper des Menschen in gewissem Sinne untrennbar sind. Dennoch habe ich den Eindruck, dass die bisherige Forschung die Möglichkeit aufzeigt, dass der menschliche Geist über eine Kraft verfügt, die durch Nachdenken und Meditieren durch eine Schulung des Geistes also erhöht werden kann. Auch rückt die Bedeutung der Willenskraft für den Heilungsprozess immer mehr ins Bewusstsein der modernen Medizin. Die Entschlossenheit oder Willenskraft eines Menschen beeinflusst seine Physiologie. Wie entwickelt man Willenskraft? Beispielsweise, indem man etwas zu Ende denkt und dadurch eine eigene vernünftige Verständnisgrundlage erstellt oder durch Meditation. Auf welche Weise sie auch entwickelt wird, es ist eine anerkannte Tatsache, dass der Wille körperliche Veränderungen bewirken kann. Was bedeutet das? Die Wissenschaft scheint zu akzeptieren, dass alle Gedanken, die im Geist auftreten, zu chemischen Veränderungen und Bewegungen im Gehirn führen, die sich dann in der Form physiologischer Veränderungen äußern. Aber führen auch Gedanken allein zu solch physiologischen Veränderungen? Und ist es wirklich der Fall, dass Gedanken lediglich als Resultat chemischer Veränderungen im Körper oder Gehirn auftreten? Ich habe bei verschiedenen Anlässen Wissenschaftler befragt, ob es nicht denkbar wäre, dass der Prozess zuerst mit einem bloßen Gedanken beginnt, auf den dann Gedanken Prozesse folgen, die chemische Veränderungen bewirken, welche ihrerseits physiologische Auswirkungen haben. In den meisten Fällen habe ich ihren Antworten entnommen, dass basierend auf der Annahme, dass das Bewusstsein von einer physischen Grundlage wie zum Beispiel dem Gehirn abhängt, jedes gedankliche Ereignis notwendigerweise von chemischen Veränderungen im Gehirn begleitet oder verursacht sein muss. Diese Annahme scheint mir jedoch nicht so sehr experimentell bewiesen und mehr eine Art Voreingenommenheit zu sein. Ich halte diese Frage für noch ungeklärt und denke, dass es weiterer Untersuchungen bedarf, vor allem mit Personen, die regelmäßig tiefgründig meditieren. In der Literatur des Vajrayana wird die Existenz unterschiedlicher Stufen des Bewusstseins oder verschiedener Stufen der Subtilität des Geistes wie auch ihre Verbindung mit den subtilen Energien beschrieben. Diese Erklärungen sind äußerst nützlich für unser Verständnis von der Natur des Geistes und seiner Funktionen. Wie schon gesagt, besteht der Großteil unseres bewussten Geistes entweder aus Zuständen, die mit Objekten vergangene Erfahrungen zusammenhängen, Erinnerungen an vergangene Erfahrungen informieren unser gegenwärtiges Bewusstsein, oder aus einer Art Gefühl oder Empfindung. Das macht es recht schwer, die eigentliche Natur des Bewusstseins zu sehen, die klar und erkennend ist. Eine Methode, die uns das ermöglicht, ist die formale Meditation. In der Meditationssitzung ziehen wir den Geist von Gedanken an vergangene Erfahrungen und Beschäftigung mit zukünftigem ab und verweilen stattdessen im Jetzt, im gegenwärtigen Augenblick, wenngleich man nicht wirklich von einem gegenwärtigen Bewusstsein sprechen kann. Wenn man in der Lage ist, Gedanken an Vergangenes und Zukünftiges beiseite zu lassen, stellt sich allmählich ein Gefühl für den Raum zwischen beiden ein. Man lernt, in diesem gegenwärtigen Augenblick zu verweilen. In diesem Raum beginnt man für kurze Augenblicke das, was als Leerheit bezeichnet wird, zu erahnen. Wenn man in der Lage ist, länger und länger darin zu verweilen, tritt allmählich die klare und erkennende Natur des Bewusstseins immer deutlicher vor. Durch wiederholtes Üben kann diese Zeitspanne verlängert und damit das Verständnis der Natur des Bewusstseins klarer und klarer werden. Es ist allerdings wichtig zu verstehen, dass diese Erfahrung der klaren Natur des Geistes keine tiefe Erkenntnis in sich selbst ist. Ein Verweilen in solchen Zuständen führt zu Wiedergeburt in den formlosen Bereichen des Sangsara. Wenn wir diese erste Erfahrung der klaren Natur aber als Grundlage nehmen, können wir darauf aufbauend unsere Meditation mit anderen Methoden ergänzen. Auf diese Weise wird sie wirklich zu etwas Tiefgründigem. Bisher wurde erklärt, wie Buddhas Lehre vom Leid zu verstehen ist. Hat man die leidvolle Natur des Daseins einmal erkannt, versteht man auch bereits ein wenig, dass es die Unwissenheit ist, die an der Wurzel allen Leides liegt. Das führt uns zur zweiten Wahrheit, nämlich dem Ursprung des Leids. Eine Frage. Wenn körperliche Wesen aufgrund ihrer komplexen physischen Natur unbeständig sind, sind spirituelle Wesen dann beständig, weil ihnen die physische Substanz fehlt? Seine Heiligkeit der Dalai Lama antwortet, nehmen wir als Beispiel ein formloses Wesen, das heißt ein Wesen im formlosen Bereich. Es ist im natürlichen Prozess des Verfalls nicht unterworfen den Wesen des Begierde oder des Formbereichs erfahren, ist aber trotzdem unbeständig, weil die Zeitspanne seines Aufenthalts im formlosen Bereich beschränkt ist. Da seine Existenz dort einen Anfang und ein Ende hat, unterliegt es immer noch dem Prozess der Veränderung. Wenn wir aber über ein Wesen sprechen, das einen Zustand erreicht hat, der Moksha genannt wird und ein Ahat geworden ist, dann ist die Situation eine andere. Auch Bodhisattvas auf den höheren Stufen, das heißt ab der achten Stufe aufwärts unterliegen nicht mehr dem Prozess des Alterns. Punkt der Kontinuität des Bewusstseins von einer Art Beständigkeit solcher Wesen sprechen. In den Schriften werden diese Wesen außerdem als Wesen mit einer mentalen Form anstelle einer körperlichen Form beschrieben. Aber diese mentale Form hat nichts mit dem Mentalkörper zu tun, der im Vajrayana zum Beispiel im Zusammenhang mit den Nachtodstadium beschrieben wird. Dann lägg Schiffer SCHWEL HELP UN SCHWEL SCHWEL UN